Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrter Herr Professor Stock, im Namen der Udo Keller Stiftung Forum Humano möchte ich Sie herzlich willkommen heißen zur fünften Lesung unseres kleinen bildtheologischen Sonderforschungsbereiches, der heute Abend aus dem Kupferstichfoyer noch einmal hierher in die Galerie der Gegenwart umgezogen ist. Szenen des Heiligen. So lautet, wie gesagt, das Leitwort, unter dem wir seit November an eben dieser Stelle unterwegs sind, um unter der Führung herausragender exzellenter Theologen, Philosophen, Kunst- und Bilddenker einige systematische Spuren zum Zusammenhang von Bild und Transzendenz, genauer zur Unterscheidung von religiöser und ästhetischer Transzendenz zusammenzutragen. Vier Stationen, vier Lektionen sind es, die bis heute Abend hinter uns liegen. Es begann mit Jan Aßmanns Erinnerung an die archaische Maximalformulierung des Heiligen als Faszinanz et Tremendum, damals im November. Danach kam Hans Beltings Einführung in die paradoxe Logik des Heiligen Bildes, des Bildes als Träger und Medium des Absoluten. Darauf folgte Manfred Franks Entschlüsselung des kunstreligiösen Kaspar David Friedrich-Codes unter der Formel Religionslose Kathedralen im Winter der Moderne. Und schließlich, vor vier Wochen, Michael von Brück's Exkursion in die fernöstliche Bildpraxis buddhistischer Meditationsbilder, damals unter der Überschrift Inszenierungen des Heiligen. Heute Abend wollen wir nur noch einmal einen Schritt zurück versuchen. Einen Schritt zurück, um uns vor dem dann folgenden Sprung in die Avantgarde und Moderne des 20. Jahrhunderts mit den beiden Schlussvorträgen zu den komplexen Pop-Art, Warhol und Malevich Null-Ikone im April und Mai an dieser Stelle, um vor diesen Schlussvorträgen noch einmal die Fallhöhe schärfer zu stellen, die uns Modernen von unserer Vorzeit trennt. So kehren wir also noch einmal zur zweiten Station zurück, unseres Gangs, zu den historischen und systematischen Grundlagen der paradoxen Logik des Bildes und dies dezidiert zugespitzt, Sie haben es eben schon gehört, auf die Opposition Kultbild versus Bilderverbot. Genauer, wir kehren in jene Konstellation zurück, die uns Hans Belting damals als Ära des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst illustriert hat. Allerdings tun wir dies unter umgekehrtem Vorzeichen, und zwar umgekehrt deshalb, weil unser heutiger Redner die Beobachtungsverhältnisse zwischen Theologie und Kunstwissenschaft auf den Kopf stellt. Gegen die bildpolitische Polemik des Kunstwissenschaftlers, der von einer Ohnmacht des Theologen angesichts der Macht der Bilder ausgeht, der spricht von einem bildpolitischen Abwehrkampf der Theologen, beobachtet unser heutiger Redner als Theologe im Gegenzug den Reduktionismus einer Kunstwissenschaft, die gar nicht anders kann, als die Vielfalt religiöser Bildpraxis auf die eine Gebrauchsform des ästhetischen Objekts, alias Kunstwerk, einzuschränken. Ist die Theologie also am Ende doch der blinde Fleck des kunstwissenschaftlichen Verfahrens und dies potenziert in einem Moment, wenn dieser Kunstblick Anlauf nimmt, die Schwelle zur Ära der Nichtkunst, des Bildkultes zu überschreiten? Meine Damen und Herren, mit dieser Frage, mit diesem Gegenverdacht, ist das Pensum des heutigen Abends umrissen, nämlich die theologische Exkursion in die Dimension der Nichtkunst, der Versuch, die Dimension des heiligen Bildes in einem nicht-ästhetischen, also nicht-Kunstblick, sichtbar werden zu lassen. Und das heißt, die dramatische Opposition im Verhältnis des Heiligen zur Welt der Bilder durch Figuren herauszufordern, bei denen uns theologisch enterbten und tendenziell entgeisterten Endverbrauchern der Moderne das übliche ästhetische Kunsthören und Kunstsehen buchstäblich vergeht. Nämlich durch eine Bildtheologie, die sich als Theologia positiver, als Theorie und Logik der Präsenz, ja Realpräsenz entziffert, einer Bildtheologie, die die Kunst des Heiligen als Grenzwert der Kunst ernst nimmt und die den Bildraum, den Raum im Bild, konsequent als Ereignis- und Gegenwartszone begreift, in dem sich die Präsenz einer nicht-raumzeitlichen Wirklichkeit ereignet, formelhaft zugespitzt, also die heilige Fläche als Ereignis- und Vollzugsform der Inkarnation. Meine Damen und Herren, es ist nun eine wunderbare Konstellation, dass wir für die heutige Lesung mit Professor Alex Stock eben jenen Pionier der Bildtheologie gewinnen konnten, der mit seiner Arbeit und der mit seinem Namen seit nunmehr 30 Jahren für eben dieses ebenso provozierende wie komplexe Programm der Bildtheologie steht. Professor Alex Stock ist seit 1980 Professor für Theologie und ihre Didaktik an der Universität zu Köln und eben dort dann seit 1998 bis zur Emeritierung 2002 Leiter der Bildtheologischen Arbeitsstelle. Dabei ist der Titel Arbeitsstelle eine fahrlässige Untertreibung, denn übersetzt in den Jargon der aktuellen Bildungsreformen müsste man eher von einem Ein-Mann-Exzellenz-Cluster oder auch von einem Ein-Mann-Graduierten-Kolleg sprechen. Denn das Unternehmen Bildtheologie, von dem Professor Stock selbst bescheiden und zwar immer wieder von einem bloßen Versuch spricht und als bloßen Aufbau begriffen, eben dieses Unternehmen verdankt sich in seiner Person einem eindrucksvollen Output, nämlich einerseits die vielstimmigen Monografien und Aufsatzbände, die in brillanter Diktion des Didaktikers das unermessliche Grenzgebiet von Theologie, Literatur, Wissenschaft und Kunst durchqueren Meine Vorrednerin hat eben schon den Band Keine Kunst von 1996 hier eben aufgerufen. In unserem Zusammenhang wäre noch zu erwähnen und sehr zu empfehlen, da es als eine didaktische Schrift viele Anschlüsse zu unserer Themenstellung freilegt, der Band Bildfragen aus dem Jahr 2002 und zum anderen die in beharrlicher Geduld vorangetriebene systematische Großbaustelle der poetischen Dogmatik, deren Volumen seit 1995 mittlerweile auf sieben Bände angewachsen ist und deren letzter Band 2007 erschienen ist. Und es liegt draußen als Verlagsankündigung zur Information und als potenzielle Kaufempfehlung auch vor. Meine Damen und Herren, lieber Professor Stock, Im Namen unserer Stiftung und im Namen unseres Stifters darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Es ist uns eine besondere Freude und Ehre, dass Sie unserem Ruf nach Hamburg heute Abend hierher gefolgt sind. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag und wir nehmen es als performative Lektion, dass Sie als Bildtheologe über Kultbild und Bilderverbot hier im Hotspot der Moderne, nämlich dem Kunsttempel der Galerie der Gegenwart, auf die digitale Bildertechnik verzichten, um Ihre Überlegungen zu den Szenen des Heiligen buchstäblich-szenisch dem Wort anzuvertrauen. Meine Damen und Herren, freuen wir uns auf den Vortrag und damit darf ich an dieser Stelle übergeben. Ich danke der Udo-Keller-Stiftung sehr herzlich, dass sie mich vom Rhein an die Elbe gelockt hat. Danke auch Frau Sitt und danke Herrn Dr. Wernkes für die freundliche Begrüßung. Ich wollte auch gerne Frau Fricke danken, weil sie das sehr im Vorfeld sehr charmant vorbereitet hat, sodass ich gerne hier hingekommen bin. Sie hören, ich habe ein bisschen gerade eine Erkältung hinter mir. Da mir daran liegt, dass Sie mich nicht nur hören, sondern auch verstehen, würde ich Sie bitten, sich zu melden, wenn ich nicht mehr verständlich sein sollte. Szenen des Heiligen. Was meint das Szene? Ein Milieu, wie man von der Kunstszene spricht oder der Drogenszene, also eine Subkultur, ein sozialer Biotop. Gibt es in diesem Sinne Milieus des Heiligen in unserer Gesellschaft? Sind es die Kirchen oder die Religionen oder die Künste? Könnten sie es sein? Wollen sie es? Oder sind Szenen, auch die des Heiligen, nur momentane Situationen, flüchtige Konstellationen, Torraumszenen oder Szenen einer Ehe, Bilder einer Ausstellung? Das griechische Wort Szenen, von dem sich das Wort Szene herleitet, bedeutet Zelt und hat von dieser ursprünglichen Bedeutung aus gesehen eine eigentümlich doppelte Geschichte in der europäischen Kultur. Im Griechischen verbindet sich der Begriff schon seit dem 5. vorchristlichen Jahrhundert mit dem Theaterwesen. Szenen ist das Gerüst mit beweglichen Wänden und Vorhängen, vor denen die Schauspieler agieren, die Bühne, die Kulissen, die inszenierte Lokalisation des dramatischen Geschehens. Die griechische Tragödie ist, wie wohl den Göttern geweiht, selbst kein Kultakt. Dennoch kann man von einer Inszenierung des Heiligen sprechen. Wenn man darunter, wie Rudolf Otto in seinem berühmten Buch von 1917, das Mysterium tremendo mit Faszinosum versteht, das erschütternde und faszinierende Geheimnis des Menschenschicksals, also hier, das die Zuschauer erregen, bewegen und reinigen soll, die Katharsis. Von dieser griechischen Herkunft her hat die Kunst, die des Theaters, wie auch der anderen Künste, eine Mitgift, das Heilige in Szene zu setzen. Ob und wie sie dieses Erbe wahrnehmen, ist eine andere Frage. Der andere Strang von Szene beginnt in der Septuaginta, der Übersetzung des Alten Testaments, ins hellenistische Griechisch. Es ist die Übersetzung des hebräischen Wortes für Zelt, Ohel. Auffällig ist ein besonderer kulttechnischer Gebrauch dieses Begriffs, die Rede vom Ohel Moed, der Skenet Martyrium, dem Zelt der Begegnung oder Bezeugung, was bei Luther dann mit Stiftshütte verdeutlicht wird. Gedacht ist an ein in der Wüstenzeit Israels vorhandenes transportables Zeltheiligtum, als Ort der Begegnung mit Gott, seiner Befragung. Im Buch Exodus, Kapitel 25 folgende, wird seine Einrichtung detailliert beschrieben. Der innerste Raum, auf den das mit kostbaren Teppichen gebaute Heiligtum ausgerichtet ist, ist das Allerheiligste. Kadosh Kedushin. Ihm vorgelagert ist der Raum des Heiligen, in dem sich der siebenarmige Leuchter, der Tisch mit den Schaubroten und ein kleiner Räucheraltar befinden. Das Stiftszelt als Ganzes umgibt schließlich ein heiliger Bezirk für die Waschungen und den Brandabfalltar. Das Zelt, die Skenet, ist also eine Szene des Heiligen, einer gestuften Heiligkeit. Und das heißt, einer gestuften Zugänglichkeit. Das Allerheiligste betritt nur der Hohepriester einmal im Jahr am Versöhnungstag. Das ist also das zweite für die europäische Kulturgeschichte prägende Szenarium des Heiligen. Die Skenet ist hier nicht das Podium eines öffentlichen Schauspiels, sondern gestaffelter Kultraum. Die Einrichtung und was darin vollzogen wird, entstammt nicht dem freien Entwurf von Künstlern, sondern wird in all seiner innenarchitektonischen und rituellen Detailliertheit auf die Anweisung Gottes selbst zurückgeführt, der so den Raum der Begegnung mit sich will. Kann man beim griechischen Theater das Szenen des Heiligen im neutrischen Sinne verstehen, dass eben das Heilige als erschütterndes Geheimnis des menschlichen Daseins inszeniert wird? So ist es hier deutlich Personal zu verstehen. Nicht das Heilige wird in Szene gesetzt, sondern der Heilige selbst will sich so einen Raum seiner Präsenz einräumen. Der Heilige gelobt sei er, wie es im späteren Judentum heißt, wenn man an die Stelle des unaussprechbar gewordenen heiligen Gottesnamens kommt. Nun, dieses Stiftszelt ist die nomadische Präfiguration des Tempels in dem von David um tausend vor Christus eroberten Jerusalem. Dieser Tempelbau war die nicht ganz unproblematische Assimilation an die religiösen Verhältnisse im Lande. Ein Tempel ist im Alten Orient und auch sonst ein Bauwerk, das auf ein sakrales Bildwerk ausgerichtet ist, dem der Kult gilt. Wie ist das nun bei einem Tempel, der auf Yahweh, Israels Gott, hin errichtet wird? Das erste Buch der Könige, Kapitel 7, berichtet detailliert von der Errichtung des Tempels. Da ist viel von Kunst und Kunsthandwerk die Rede. Und es werden auch Bildwerke angefertigt, freistehende Säulen mit Granatäpfeln, ein von zwölf Rindern getragenes Wasserbecken, Fahrgestelle für Opfergeräte mit Löwen, Rindern und Keruben, ein goldener Altar, der Schaubrot-Tisch und ein siebenarmiger Leuchter. Die Bildgestaltung dringt bis in den innersten Raum des Tempels das Allerheiligste vor. Dort wurden zwei Cheruben aufgestellt, geflügelte Mischwesen, wie man sie als Wächter- und Trägerfiguren bei babylonischen und kanaanäischen Götterthronen kennt. Zwischen diese Figuren, diese beiden Cherubinen, gehört das Gottesbild als Terminus und Vollendung des Tempels. Und was bringt man? 1 Königer 8, 6 Dann brachten die Priester die Bundeslade des Herrn an ihren Ort in den Hinterraum des Tempels, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cheruben. Es war nichts in der Lade als die zwei steinernen Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel schloss, als sie aus dem Land der Ägypten zogen. Nur das hatte man aus der Wüste mitgebracht, einen alten Kasten, einen alten Tragkasten, den man mitnehmen konnte auf den Zügen, in dem die steinernen Urkunden des Bundesschlusses verwahrt wurden. Sie wird als Sitz oder als Fußschemel des unsichtbar dort thronenden Gottes genommen. Der ganze Tempel bis hin zu den Assistenzfiguren der Cherubin ist das Rahmenwerk einer visuellen Leerstelle. Wo in den Tempeln der Antike, auch Kanaans, sonst ein Gottesbild steht, ist hier nichts. Es gibt Bilder als Umgebung der Lehre. Sie sind Rahmen und Sockel eines entzogenen Bildes. Bilder sind nicht verboten. Sie sind vielmehr unentbehrlich als Umgebung, die dem Unsichtbaren im Sichtbaren eine erkennbare Stelle einräumt. Man könnte das Unsichtbare nicht sehen ohne das Sichtbare. In einem späten priesterschriftlichen Text, der die ganze Tempeleinrichtung schon als göttliche Anweisung an Moses auf dem Sinai vorträgt, heißt es Exodus 25, 22, Da selbst will ich mit dir zusammenkommen und von der Deckplatte aus zwischen den zwei Cheruben hervor, die auf der Lade des Gesetzes stehen, will ich dir alles kundtun, was ich durch dich, Moses, den Israeliten befehlen will. Verstehen Sie, der Zwischenraum zwischen den Bildwerken ist der Ort der Auskunft. Die Stimme kommt aus dem unsichtbaren Hintergrund zwischen den Phänomenen. Die Faszination der Kultbilder und Bilderkulte, die sie im kanaanäischen Umfeld herrschten, blieb freilich in Israel virulent. Sie zeigt sich vor allem im Interesse für die Stierbilder des Baal bzw. El und die Ascheren, also Baumstämme oder Baumheiligtümer, der Göttin Ascharat, geweihte heilige Bäume. König Jerobeam I. 933 bis 911 v. Chr. lässt, um im Nordreich ein kultisches Gegenstück zum Jerusalemer Tempel zu schaffen, in Dahn und vor allem in Bethel, das Kultstätte eines alten Elkultes war, Stierbilder aufstellen. Vielleicht waren sie anfänglich, wie die beiden Jerusalemer Cheruben, als Postament gedacht, also als Sockel. Da aber der Stier doch eben selbst auch als kanaanäisches Kultbild begegnet, hat die spätere prophetische Kritik hierin direkt Götzendienst gesehen, so polemisiert um die Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr. der Prophet Hosea gegen den Baalskult des Stammes Ephraim. Zitat Hosea 13,2 Auch die berühmte Geschichte vom Goldenen Kalb ist eine in die Wüstenzeit zurückverlegte Auseinandersetzung mit dem kanaanäischen Bilderkund. Die bei der Zerstörung des Tempels 587 v. Chr. verlorengegangene Lade wurde im zweiten Tempel nach dem Ende des babylonischen Exils nicht wiederhergestellt. Das Allerheiligste war nun vollkommen leer und dunkel. Wie es bei Flavius Josephus in der Beschreibung heißt, der am weitesten innen befindliche Raum in einer Größe von 20 Ellen war durch einen Vorraum nach außen abgetrennt und er war vollkommen leer. Niemand durfte seinen Fuß hineinsetzen, niemand durfte mit der Hand daran rühren oder auch hineinsehen. Man nannte ihn das Allerheiligste. Das Allerheiligste war ein dunkler, leerer Kubus. Auf dem Boden war nach rabbinischer Überlieferung ein Stein. Dahin sprengte der hohe Priester am Versöhnungstag das Stierblut und stellte das Räucherwerk hinein, sodass der dunkle, leere Raum sich mit Rauch füllte. Der Empty Space Uniconism, also der leere Raum, die leere Raumbildlosigkeit, von der man schon in Bezug auf den leeren Cherubenthron gesprochen hat, findet hier eine rein architektonische Steigerung. Die Black Box des Debir ist die Einräumung einer reinen Leerstelle für die Präsenz des unsichtbaren Gottes. Im Jahre 70 nach Christus ist dieser zweite Jerusalemer Tempel von den Römern zerstört worden. Für die Juden war dies nicht wie für die römische Religionspolitik das Ende ihres Gottes. Eine der Deutungen, in denen die Zerstörung des Heiligtums aufgehoben wurde, war, dass die Schechina, die unsichtbar im Tempel anwesende Herrlichkeit Jahwes, mit dem Volk ins Exil gegangen sei. Bildgeschichtlich könnte man sagen, dass die Leerstelle, um die der Tempel herumgebaut worden war, expandiert, nachdem zuerst die Lade und die Cheruben und dann das ganze visuelle Rahmenwerk des Tempels verloren gingen. Dieser Prozess einer fortschreitenden Anikonisierung bedeutete hier noch nicht eine vollkommene Dematerialisierung der Gottesverehrung. Der zunehmende Abschied vom Bilderwerk kongruiert mit einem gleichzeitigen Aufstieg des Buches. Die Interpretation des Ladeheiligtums als Lade mit den Gesetzestafeln bahnt eine Art Ikonisierung des Buches an. The written law had, in effect, taken the place of the image. In der Krise des babylonischen Exils wird Israel zu einer vom Tempel unabhängigen Religion in der Tora und Synagoge identitätsstiftend werden. Im späteren Synagogen-Gottesdienst wird das Buch die Rolle der Tora nicht nur als Medium der Lektüre, sondern auch als heiliges Objekt an sich behandelt, das mit Reinheitsvorschriften umgeben, in einem Schrein aufbewahrt, bekleidet, gekrönt, in einer Prozession umgetragen, besungen und durch Berührung verehrt wird. Jeder, der schon mal einem Synagogen-Gottesdienst teilgenommen hat, als eindrucksvolles kultisches Ereignis wahrgenommen hat. Das Buch muss natürlich entrollt, gelesen und studiert und diskutiert werden, aber die konstitutive Heiligkeit dieses Buchkorpus wird nicht anders gefeiert, als die der Bilder in den Kulten der Heiden. Die Anthropomorphen und Thereomorphen Bilder haben ein Bibliomorphes Äquivalent erhalten. Die solcherweise doch kultisch materialisierte Antithese basiert auf der von Gestalt und Stimme, wie sie Deuteronomium 4 als Proprium der Sinai-Offenbarung vorgestellt wird. In einer der dem Bilderverbot beigegebenen Paranesen heißt es da Deuteronomium 4 und der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Den Schall von Worten hörtet ihr, nur einen Schall, doch eine Gestalt sahet ihr nicht. So hütet euch nun wohl um eures Lebens Willen, ihr habt ja keinerlei Gestalt gesehen, an dem Tage, da der Herr am Horeb aus dem Feuer zu euch redete. Hütet euch, dass ihr nicht frevelte und euch ein Gottesbild macht, in Gestalt irgendeiner Bildsäule, das Abbild eines Mannes oder Weibes, das Abbild irgendeines Tieres auf der Erde, das Abbild irgendeines beschwingten Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild irgendeines Kriechtieres auf dem Boden, das Abbild irgendeines Fisches im Wasser unter der Erde. Das Feuer auf dem Berg ist keine Gestalt, es ist nur das flammende Ambiente einer Stimme, des Schalls von Worten, die dann aufgeschrieben werden als die zehn Worte und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. Gottes Stimme materialisiert sich in Gottes eigenhändiger Schrift, was so von Gott selbst her Offenbarungswürde erreicht hat, kann im Schreiben der Schreiber von Büchern in aller Geboten über Lieferungsehrfurcht weitergeschrieben werden. Wie die Schrift als Sinn und Objekt vom Sinai her geheiligt ist, so sind die Bilder verpönt. Gestalt habt ihr nicht gesehen. Was diesem retrospektiv entworfenen Offenbarungsszenarium historisch wohl zugrunde liegt, ist, dass das vorstaatliche Israel aus seiner nomadischen oder halbnomadischen Existenz kein signifikantes Gottesbild mitbrachte, keine figürliche Gestalt, die um der eigenen Identität willen zu behalten und zu bewahren war. Anthropomorphe und Thereomorphe, also tiergestaltige Kultbilder, waren von Anfang an die der Anderen, die man in Zeiten toleranter Monolatrie integrieren konnte, die aber in Zeiten empfundener Identitätsbedrohung als Indikatoren der Fremdbestimmung verbannt und zerstört werden mussten. So verschärfte sich der faktische Anikonismus der Anfänge, also dass man einfach gar kein Bild für wichtiges Bild hatte, zu einem programmatischen, ikonoklastischen, polemischen Anti-Ikonismus. Die religionsgeschichtliche Entwicklung scheint von einer eher toleranten zu einer intoleranten Monolatrie zu verlaufen und schließlich zu einem strengen Monotheismus, der nicht nur für Israel die ausschließliche Verehrung eines einzigen Gottes einforderte, sondern diesen für alle Welt als den einzigen Schöpfer und Herrn der Geschichte proklamierte. das damit einhergehende Bewusstsein der geistigen Überlegenheit des von diesem Gott aus erwählten Volkes über die politisch wie auch kulturell überlegenen Völker, unter denen es in Babylon und dann unter persischer und hellenistischer Oberherrschaft leben musste, hatten eine Bilderpolemik im Gefolge, die die Götterbilder von ihrer Materialität her madig oder lächerlich zu machen versuchen. Die Bildwerke, denen im Kult der Heiden ein Fluidum göttlicher Lebendigkeit und Kraft angesonnen wird, sind in dieser Polemik nichts als tote Materie und menschliches Machwerk. Jeremia 10, 3 folgender Ein Holz ist es, das man im Walde gehauen, ein Machwerk, das die Hände des Werkmeisters mit der Axt gefertigt. Mit Silber und Gold macht man es schön, mit Nagel und Hammer macht man es fest, dass es nicht wackelt. Der Scheuche im Gurkenfeld gleichen sie und können nicht reden, tragen muss man sie, denn sie können nicht gehen. All dieser heidnische Umgang, Orakelerwartungen, Prozessionen und so weiter sind Blinderwahn. Die Anthropomorphie der Bilder ist nur Vortäuschung von Lebendigkeit. Die in Mesopotamien wie Griechenland so hochgelobte Handwerkskunst und alle rituelle Weihung der Bilder, Mundöffnungsrituale und so weiter Vermögen der Materie nicht zum göttlichen Leben zu verhelfen. Der heidnischen Götterfabrikation wird der Glaube an den lebendigen Gott, Schöpfer Himmels und der Erde und Herrn der Geschichte gegenüber gestellt. Das Bilderverbot, dass Israels Kult ursprünglich defensiv reinhalten sollte, von fremdem Einfluss, wird hier nun offensiv gegen die religiöse Kultur der Völker gewendet. Es soll nicht nur in Israel keine Kultbilder geben, was die anderen machen ist deren Sache, es kann sie ontologisch, das heißt vom Wesen der Bildwerke und vom Wesen des wahren Gottes her überhaupt nicht geben. Wer sie verwendet, täuscht sich. Sie sehen, das Bilderverbot expandiert zur Religionskritik. Ich komme jetzt zur zweiten Szene oder zum zweiten Akt in dieser Geschichte, nämlich wie kommt das Christentum in diese antagonistische Geschichte hinein. Die Anfänge der christlichen Religion sind mit einer Krise des Jerusalemer Tempels eng verbunden. Tempelkritische Worte spielen im Prozess Jesu eine wichtige Rolle und alle drei synoptischen Evangelien berichten beim Tode Jesu das merkwürdige Vorkommnis und der Vorhang des Tempels riss von oben bis unten in zwei. Das ist ja der Vorhang zum dunklen Allerheiligsten. Die Ereignisse der Passion Jesu werden in den Evangelien in engem Zusammenhang mit seiner Tempelkritik gesehen und der Aufbruch der neuen Religion mit der Zerstörung des Tempels der Alten. Nach dem Bericht der Apostelgeschichte löst eine Verbalattacke auf den Tempel und seine Kultgesetze die erste Verfolgung der frühen Christengemeinde und den Weg zu den Heiden aus. In der einschlägigen Rede des Erzmartyrers Stephanus steht der Religionstopologe steile Satz Apostelgeschichte 748 Salomon baute ihm ein Haus aber der Herr wohnt nicht in Bauwerken von Menschenhandel. Gilt das schon für das Heiligtum das das erwählte Volk seinem Gott dem Einzigen als Wohnstadt in seiner Mitte angeboten hatte. Was ist dann erst mit den Tempeln der Heiden? Die Griechen nannten die in der Zella ihres Tempels aufgestellten Götterbilder Agalma wörtlich übersetzt Schmuckstück Zierde der Gottheit zur Freude angeboten als Hedos also als Sitz Der Tempel ist der Gottheit angebotene Wohnstadt wo man sie aufsuchen kann mit Opfergaben und Gebet Man kann etwas gestalten und bauen und es der Gottheit schenken darbringen dass sie darin stattfindet. Das frühe Christentum hat schon vor der jüdischen Katastrophe des Jahres 70 nach Christus die Grenzen Palästinas überschritten. Außerhalb des Mannkreises der Jerusalemer Tempelreligion stieß es auf die heidnische Idololatrie. Als paradigmatische Geschichte dieses Zusammenstoßes wird im 17. Kapitel der Apostelgeschichte der Besuch des Apostels Paulus in Athen erzählt. Bei seinem ersten Rundgang durch die Stadt findet er sie Kat-Eidolon voll von Bildern voll von Eidola Idolen. In diesem für seine jüdischen Augen höchst ärgerlichen städtischen Bilderwald kommt ihm eine winzige Lichtung zu statten jedenfalls macht er diese zum Aufhänger seiner Predigt auf dem Areopark. Apostelgeschichte 17 22 Ihr Männer von Athen ich sehe an allem dass ihr viel Scheu vor den Göttern habt denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift dem unbekannten Gott Agnost Deo Im städtischen Pantheon der mit Namen anrufbaren in Bildern präsenten Gottheiten ist dies ein Loch eine Gestalt und namenlose Leerstelle aber und das unterscheidet diesen Kultort dann doch ums ganze vom Jerusalemer Tempel diese Leerstelle ist integriert in den polytheistischen Kult der Polis sie ist nur ein Randphänomen das den Polytheismus nicht negiert sondern sichert das polytheistische System der griechischen Antike ist ein offenes System in das immer wieder neue Gottheiten integriert wurden Orient kam und so weiter jener unbekannte Gott ist einer aus der Reihe der Zeus Athene Apoll und Aphrodite eine jener Mächte die über der Stadt und dem Schicksal des Einzelnen walten seine Gunst ist unverzichtbar auch wenn man im Augenblick Gestalt und Namen nicht weiß aber man möchte sich versichern da könnte noch eine unbekannte Größe sein an diese also integrierte Leerstelle des polytheistischen Systems knüpft Paulus an 1723 Apostelgeschichte was ihr nun ohne es zu kennen verehrt das verkündige ich euch das klingt so als ob er nun Namen und Gestalt des unbekannten Gottes bringen würde einen neuen Gott aus dem Orient den man aufnehmen könnte in den Götterhimmel der Stadt aber dann geht es weiter Gott der die Welt erschaffen hat und alles was darin ist er der Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln die mit Händen gemacht sind noch lässt er sich von Menschenhänden Dienst erweisen und wir dürfen nicht meinen die Gottheit sei gleich Gold oder Silber oder Stein einem Gebilde menschlicher Kunst und Überlegung die Leerstelle ist nicht besetzbar sie ist für Paulus nur das Loch in der in das er den Sprengstoff legen möchte für das ganze System der Tempel Bilder und Opfer der eine Gott der Schöpfer der Welt ist in Räumen und Figuren nicht unterzubringen eine kultisch verfasste Religion hat es mit Räumen zu tun die werden ihr entzogen die Argumentation ist Schöpfungstheologisch Schöpfer der Welt aber auch eschatologisch das Ende ist nahe der Richter der Welt mit der Auferstehung Christi schon eingesetzt da ist keine Zeit mehr für religiöse Baupflege und frommes Kunsthandwerk findet Gott wenn ihm so jede Wohnstätte versagt wird überhaupt nicht mehr Stadt in der Welt doch heißt es in den paulinischen Briefen 1. Korinther 3.16 wisst ihr nicht dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt oder 2. Korinther 6.16 wir sind der Tempel des lebendigen Gottes das ist vom einzelnen Gläubigen gesagt vor allem aber von der Gemeinde die christliche Gemeinde ist die Wohnstadt Gottes in der Welt sein Heiligtum wenn man ihn Gott den Heiligen antreffen will da da ist er versammeln kann sich diese soziale Gottesstätte überall besondere Gebäude braucht man dafür nicht ja deren materieller Heiligkeitsaufwand würde nur verunklaren dass Gott als irdische Anwesenheit Geist und Leben von Menschen sucht die Argumentation der angeführten neutestamentlichen Texte scheint so generell dass es da nicht nur für jüdische und heidnische Tempel sondern auch entsprechende christliche Versuche gar kein Entkommen zu geben scheint Gott wohnt überhaupt nicht in Tempeln die von Menschenhänden gemacht sind auch wenn diese Menschenhände zufällig Christenhände sind es dürfte sie also eigentlich nicht geben aber es gibt sie Entschuldigung ich komme zur nächsten Szene Kirchen Kirchengebäude gibt es belegbar seit dem dritten Jahrhundert in größerem Umfang seit dem vierten Jahrhundert seit der konstantinischen Wende des Imperium Romanum Der Kaiser der die christliche Religion ihrem eigenen Anspruch nach als die Ware übernimmt ist für den Kultus Publikus des Reiches politisch verantwortlich So zeigt sich die Christlichkeit des Kaisers vor allem darin dass er den Debitus Kultus Katholice Religion fördert ihm würdige Tempel und Kultverwaltungen verschafft Die Kirche hat sich diesem Angebot Weltreligion zu werden nicht verschlossen sondern es aus ihrem eigenen universalistischen Antrieb angenommen Nicht um den Tempel als solchen den die christliche Religion nun hatte wie Juden und Heiden wohl aber um seine Einrichtung ging in der Folge der Streit und darin um das was das Judentum so dezidiert vom Heidentum unterschieden hatte die Bilder In einem 1973 geschriebenen Artikel beschäftigt sich der amerikanische Historiker Peter Brown mit der Frage worum es in den byzantinischen Bilderstreitigkeiten des siebten und achten Jahrhunderts eigentlich gegangen sei und er antwortet darauf mit der knappen These The Iconoclast Controversy was a debate on the position of the holy in the Byzantine Society es ging um die Stellung des Heiligen in der byzantinischen Gesellschaft alle zusammen fährt Peter Braun weiter alle zusammen Ikonoklasten Karolinger Ikonodulen stellten während des 8. Jahrhunderts unentwickelt dieselbe Frage wo ist das Heilige was gehört dazu und was nicht folgt man dieser These so hat die Kontroverse um die Bilder ihren Kern in einer Topik des Heiligen wo worin ist das Heilige antreffbar die Ortsfrage aber stellt sich als Grenzfrage was gehört dazu was nicht die Grenzfrage des Heiligen aber ist keine Randfrage sie tangiert das Heilige insgesamt das Moment der Grenze ist ja ein Definitions Moment des Heiligen selbst das Sakrum ist Temenos Templum also herausgeschnittener oder eingegrenzter Bezirk wo Thomas von Aquin in der Summa Theologica die Lehre von den Sakramenten beginnt und sich mit der Frage befasst was eigentlich Sacra und Sakramenta seien zitiert er eine alte Ansicht über das Heilige ein bisschen Latein jetzt Sekundum Antiquus Sancta vel Sakrosancta Dicebantur Que cumque Violari non Licebat Sicud etiam Muri Civitatis Verstanden das Latanya Hamburg also nach den Alten wurde heilig oder hochheilig das genannt was man nicht verletzen durfte Que cumque Violari non Licebat was nicht erlaubt war zu verletzen Sicud etiam Mori Civitatis wie zum Beispiel die Mauern einer Stadt das Heilige wird definiert durch die verletzbare Grenze eben die Mauern einer Stadt zum Beispiel die Grenze des Heiligen ist aber wie die Geschichte zeigt nicht nur verletzbar sondern auch verlegbar im 8. Jahrhundert sind die Bilder das bewegende Moment des Streits um den unsicher gewordenen Grenzverlauf des Heiligen mit der Bilderfrage steht aber der Bestand dessen was der christlichen Religion heilig ist und sein sollte insgesamt zur Debatte die Topik des Heiligen kommt mit dezisionistischen Umfangsbestimmungen das ist einfach so nicht mehr aus die Seinsart und Struktur dessen was als heilig gelten soll bedarf der Begründung nur in diesem umfassenden Rahmen lässt sich so oder so der Ort der Bilder bestimmen der Bilderstreit der altkirchlichen Zeit ist in der Hauptsache eine Angelegenheit der Ostkirche und der byzantinischen Theologie mit dem Höhepunkt im zweiten Konzil von Nicea 787 aber es gibt eine interessante abendländische Reaktion ein großes Opus dessen Autor Karl der Große also wahrscheinlich nicht er selbst sondern seine fränkischen Hoftheologen Theodor von Orléans oder Alquin sind die Libri Carolini verfasst im Jahre 790-91 In dieser Opposition Byzanz und dann Fränkisches Reich tritt zu Tage warum bei den Bildern eigentlich in dieser Zeit gestritten wird zunächst das Dekret des Konzils wir beschließen in aller Sorgfalt und Einmütigkeit so wie der Typos des kostbaren und lebensspendenden Kreuzes sind auch die verehrungswürdigen und heiligen Bilder ob sie aus Farben Mosaiksteinchen oder anderem geeigneten Material gemacht sind anzubringen in den heiligen Kirchen Gottes auf den heiligen Geräten und Gewändern auf Wänden und Tafeln an Häusern und Wegen und zwar sowohl das Bild unseres göttlichen Herrn und Erlösers Jesus Christus wie unserer jungfräulichen Herrin der heiligen Gottes Gebärerin der ewigen Engel und aller Heiligen und Gerechten denn je öfter sie durch die bildliche Darstellung betrachtet werden umso mehr werden die die sie betrachten zur Erinnerung an die Urbilder und zur Sehnsucht nach ihnen angeregt und dazu ihnen ihren Gruß und ihre Verehrung zu widmen nicht die eigentliche Latreia die allein der göttlichen Natur zusteht sondern so dass wir ihnen wie dem Typos des kostbaren und lebenspendenden Kreuzes wie den heiligen Evangelien und den anderen heiligen Kult Gegenständen Weihrauch und Lichter zu ihrer Verehrung darbringen so war es ja schon bei den alten frommer Brauch denn die Ehre die man dem Bild erweist geht auf das Urbild über wer ein Bild verehrt verehrt die darin dargestellte Person das war der Beschluss von 787 der Beschluss behandelt die Frage der Bilder als Gleichstellungs Problem die Bilder sind zu verehren wie das Zeichen des Kreuzes die Heiligen Evangelien und andere Kult Gegenstände die bis dahin noch umstrittenen Bilder sollen dem unbestrittenen Bestand heiliger Dinge zugestanden werden eben dies der Bestand des Heiligen in der christlichen Religion ist auch die Frage auf die Erörterung der Libri Karolini immer wieder hinauslaufen der Bestand der Re Sacre Heiligen Dinge lässt sich da in fünf Positionen fassen Erstens Leib und Blut Christi das Corporis et Sanguinis Domini Sacramentum Zweitens die Vasa Sacra die zur Feier der Heilsmysterien erforderlichen kultischen Gefäße Drittens die Libri Divina Scripturae die Bücher der Heiligen Schrift Viertens das Sacramentum Crucis das Zeichen des Kreuzes und Fünftens die Corpora Sanctorum die von den Leibern der Heiligen verbliebenen Reliquie die Überreste ihrer Körper und Kleider Also die Argumentation bei den Franken ist so wenn man im Christendom überhaupt von heiligen Dingen sprechen will so bilden die Elemente der Eucharistie und die Heilige Schrift ihr intangibles Zentrum Die Erhöhung der biblisch vorgegebenen Kreuzfigur zum sakralen Gegenstand wird durch zwei Momente gefördert Die Identifizierung des Kreuzes mit dem kaiserlichen Vexillum dem Sieges- und Hoheitszeichen des Imperiums und die ebenfalls in die konstantinische Zeit zurückreichende Auffindung des wahren Kreuzes in Jerusalem und die daran anschließende Verehrung der Kreuzreliquie Aber und das ist für die Logik der Bildkontroverse festzuhalten diese Figura Kruzis wird nicht als Imago als Bild verstanden Sie ist repräsentatives Hoheitszeichen Symbol also oder Reliquie Bezeichnend dafür ist folgender Vorgang Das Christusbild über dem Tor des Kaiserlichen Palastes in Byzanz das die Bilderstürmer zerstörten das war das Fernal des Bildersturms wurde von ihnen den Bilderstürmern durch ein Kreuz ersetzt das dann unter dem Regiment der bilderfreundlichen Kaiserin Irene die dieses Konzil da eben auch dem Konzil präsidiert hat dann wieder durch ein Christusbild ersetzt wurde und schließlich sind auch die Reliquien der Heiligen nicht deren Bilder sondern Reste von ihnen geheiligt durch den Heiligen Leib dessen Teil oder Hülle sie waren geheiligt durch die materielle Partizipation und Berührung Die Franken berufen sich bei dieser Katalogisierung des Heiligen auf die Antiqua Traditio die sie besser bewahren als die Byzantiner aber ist das alles nur rechtspositivistisches Traditionsargument oder liegt dieser Tradition auf die sich die Franken beziehen ein besonderes eigenes Konzept von Heiligkeit zugrunde Im Zusammenhang der Besprechung der Eucharistie heißt es in den Libri Carolini die Konsekration werde vollzogen durch die von Gebet begleitete Handauflegung des Priesters Impositio Manus und mit diesem Wort Hand Manus ist eine semantische Achse markiert auf der die Differenz von Bild und Sakrament eingetragen wird Beide Bild und Sakrament gehen hervor aus einer Handlung Das Bild ist Manufaktum Handwerk das hervorgegangen ist aus kunstfertiger Handhabung der Farben durch die Materie erstaunlich sichtbar verändert wird Das Sakrament aber geschieht durch Auflegung der Hände und anrufende Besprechung wodurch die Materie unsichtbar verwandelt wird Handauflegung als Geste der Übertragung von Kraft und Segen hat eine alte auch im alten und Neuen Testament bezeugte Geschichte möglicherweise gibt er ein besonderer germanischer Glaube an die Heilsmacht der Hände in der fränkischen Theologie noch ein besonderes Gewicht die Konsekratio verstanden als Handauflegung unter Gebet ist für die Libri Carolini weit über die Eucharistie hinaus die Konstitutionsform des Sakralen Menschen Orte Bauten Gefäße Utensilien aller Art werden auf diese Weise in den Bereich des Heiligen übertragen Auflegung der Hände oder auch Salbung mit den Händen dass Sakralität hier als an Körper und körperlichen Kontakt gebundene göttliche Kraft verstanden wird bestätigt die Verehrung der Reliquien Heilig sind die Leiber der Heiligen die eine Wohnung des Gottesgeistes sind was von ihren Körpern übrig geblieben ist oder was sie berührt haben partizipiert an der Heiligkeit was von den Körpern der Heiligen durch körperliche Tradition herkommt ist von den Heiligen selbst geheiligt also keine strenge Trennung zwischen Geist und Materie wie wir das seit Descartes so kennen sondern auch der Körper ist durch das was da an Seele und Geist drin war geheiligt und wenn ihre Körper auch zerfallen so werden ihre Knochen doch am Ende der Welt auferstehen und mit Christus herrschen die Bilder aber sagen sie haben nie gelebt werden auch nicht auferstehen sie werden mit der Zeit in Feuer oder Feuernis zugrunde gehen Sie sehen priesterliche Konsekration und Reliquien Kult entspringen demselben Interesse an der Heiligkeit des Körpers daran haben nach Ansicht der karolingischen Theologen die Bilder keinen Anteil es gibt keine Konsekration von Bildern und zu den Heiligen mangelt ihnen der körperliche Kontakt den die Reliquien aufrechterhalten sie können auch nicht dadurch sakralisiert werden dass man die Malkunst als fromme Kunst als und Bilder in diesem Sinne als körperliche Spur eines heiligen geisterfüllten Malers versteht so ein sakrales Originalverständnis sozusagen die Malerei ist für die Franken ein Handwerk wie das der Zimmerleute Schmiede und Steinmetze das Handwerk kann man lernen und die es ausüben können fromm oder nicht fromm sein das ändert nichts an der Kunst der umbaute Raum der Kirche ist heilig weil er konsekriert ist zum Anwesen Gottes dieser Raum hat und das unterscheidet ihn eben von den Tempeln der Heiden kein ihn zentrierendes Kultbild er ist nicht eingerichtet für oder ausgerichtet auf ein Idol die das christliche Heiligtum zentrierende Mitte ist nach Überzeugung der Libri Carolini überhaupt kein Kultobjekt sondern eine Handlung das Messopfer sakral und konsekriert ist alles und nur das was zu dieser heiligen Handlung in einem notwendigen Zusammenhang und Dienstverhältnis steht das aber tun die Bilder nicht sie haben im Kult und für den Kult kein Erfordernis sie sind nicht sakral die Kunst ist nicht heilsnotwendig man soll die Bilder nicht verehren aber man soll sie auch nicht zerstören man soll sie haben und behalten da kommt dann die Formel ad ornamentum ecclesiae et ad memoriam rerum gestorum also zum Schmuck des Heiligtums und der Kultgeräte wie zur Erinnerung an die großen Heilsdaten Gottes und seiner Heiligen das ostkirchliche Konzil gegen das sich die im Westen politisch selbstbewusst gewordenen Franken richten hat im Gegenzug die Bilder in den Bestand der heiligen Dinge der christlichen Religion aufgenommen es hat andere Bilder und einen anderen Bildergebrauch im Auge Einzelbilder die an diversen Orten im sakralen Raum aber auch in der Stadt an Häusern und Wegen erscheinen es hat eine Frömmigkeit des Blicks im Auge der immer wieder im Bereich der Kirchen aber auch in der Profanität der Polis von Bildern angezogen wird die Kirche und Stadt inokulierten Bilder sind Blickfänge die den vagabundierenden Blick der Menschen auf sich ziehen und festhalten diese Faszinationskraft hat wohl ihre Bedingung darin dass es sich um bildnisartige Bilder handelt als Bildgegenstände werden Personen genannt Christus Maria die Engel Heilige das muss nicht heißen dass jeder narrative Kontext ausgeschlossen ist oder nur an Bildnisse im strengen Sinne zu denken werden aber fokussiert ist die anthropomorphe Gestalt ihr Gesicht Blick der faszinierende Anblick dieser einzelnen Bilder hat nun eine eigentümlich doppelte Wirkungsrichtung einerseits zieht er den Betrachter in sich hinein also in den prototypischen Bildgrund der dem Bild des Heiligen zugrunde liegt Erinnerung und Sehnsucht werden durch das Bild hindurch angezogen vom und zu diesem fernen Urbild andererseits ist das materielle Bild das man jetzt hier hat selbst eine Stelle der Präsenz eben dieses Urbildes die den Betrachter stellt und ihm hier vor Ort die Proskynese den sinnlichen Akt der Verehrung abverlangt Gruß und Kuss Weihrauch und Lichter also es ist in dem das Bild dem Betrachter zugleich mit Sehnsucht auf den Grund dieses Bildes den himmlischen Grund zu gehen und mit Ehrfurcht also hier zu verharren erfüllt und vor sich verharren lässt bekundet es eine eigentümliche Nominose Macht die Bilderfrömmigkeit und Bildertheologie des christlichen Ostens die aus diesem byzantinischen Bilderstreit des 8. Jahrhunderts siegreich hervorgegangen ist hat eine besondere szenische Formel des Neuen Testaments zum Kern den Satz aus dem Prolog des Johannesevangeliums der lautete und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen Johannes 1.14 da heißt es übrigens im griechischen Text Eskenosen En Hemin Eskenosen Eskenä vor Er zeltete unter uns Er Christus war der Tempel Gottes sozusagen in Person der Heilige Gottes das Ebenbild des lebendigen Gottes Der Begriff Ikon 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 wird in der neuplatonisch inspirierten Argumentation der byzantinischen Bilderfreunde zum theologischen Schlüsselbegriff überhaupt erhoben Alles die ganze Schöpfung ist Bild außer dem allem vorausliegenden selbstbildlos unsichtbaren Bildgrund der Gott selbst ist Also der offenbarende Ausgang Gottes aus sich selbst hat die Realisationsform des Bildes der dann eben sein Ziel in der Menschwerdung Gottes findet Die von Menschen gemachten Bilder Christi der Mutter Gottes der Heiligen sind also nur die angemessene Fortführung dieser von Gott selbst begonnenen Ausbildung seiner selbst Ihnen kommt freilich ein besonderer Rang zu weil sie den in seinem Sohn seiner Mutter seinen Freunden sichtbar gewordenen Gott personhaft abbilden aber auch Bäume und Steine und Berge sind Bilder Gottes ganze Schöpfung Welt ist Bild Gottes Christus Maria den Heiligen wohnte Gott inne indem sie vom Heiligen Geist erfüllt waren die von ihnen gemachten Bilder partizipieren an dieser pneumatischen Kraft auch die Bilder sind heißt es da vom Heiligen Geist erfüllt sie nehmen an der Gnade und Kraft die ihren lebendigen Urbildern substanziell zu eigen war und ist Teil Bilder haben über den weiterhin unbestrittenen religionspädagogischen Nutzen hinaus sakramentalen Rang gewonnen es gibt heilige Bilder sie fixieren neben den Sakramenten in der sinnlichen Welt eine Stelle an der der Mensch und die Gottheit einander real wirklich und wirkmächtig präsent werden die Ikonen sind Gesichter des Unsichtbaren die Ikonostase die Bilderwand die die Stelle des alten Tempel Vorhangs einnimmt dahinter ist in der Einrichtung der Byzantinischen Kirche das Allerheiligste also die Ikonostase ist eine Wandfläche aus Gesichtern in denen die jenseitige Welt des Unsichtbaren uns anblickt die Heiligkeit hat die Grundform des Angesichts das aus dem Faltenwurf der Kleider hervortritt die Skulptur die später im Westen neben dem Tafelbild sakralen Rang gewinnt ist der Ostkirche eigentlich fremd geblieben Skulpturen erinnerten an die rundplastischen Statuen der Heiden denen man doch die himmlischen Leiber die ja Flächen sind und keine runden irdischen Körper mehr entgegenstellen wollte ich komme zur vierten Szene in der religiösen Kultur des Abendlandes die sich seit dem Mittelalter entwickelt hat spielen die Bilder nicht jene zentrale Rolle die sie in der Liturgie und privaten Frömmigkeit der Ostkirche einnehmen aber sie hat sich auch nicht an die reservierte Einstellung der Libri Carolini gehalten die katholische Religion hat nicht nur den Kultraum in seiner Bilderfülle zur anschaulichen Überzeugung von der himmlischen Welt mobilisiert sondern darin auch Kult- und Andachtsbilder zugelassen Kreuze Bilder Christi der Madonna der Heiligen vor denen die Menschen beten konnten und Opfern Kerzen Blumen Geld Die Reformation die Jahr im Kern eine Gottesdienstreform war und darin eine Neuordnung der Topografie des Heiligen betraf auch die Rolle der Bilder im christlichen Heilshaushalt Die kalvinistische Bilderfeindschaft führte zu wahren Bilderstürmen die in den davon erfassten Landstrichen Europas zahllose Bildwerke für immer zerstört haben Die Legitimation ist biblisch exemplarisch zu fassen bei Karlstadt der 1522 mit einem in Wittenberg angefachten Bildersturm den auf der Wartburg zurückgezogenen Luther in Verlegenheit brachte Das Bilderverbot aus Exodus 20 galt ihm noch aufs Wort und war strikt anzuwenden so heißt es dezidiert am Anfang seiner Kampfschrift von Abtuung der Bilder Zitat Karlstadt Originalton dass wir Bilder in Kirchen und Gottshäusern haben ist Unrecht und wieder das erste Gebot Du sollst nicht fromme Götter haben Am schlimmsten ist es dass die Bilder die durchgängig bei Karlstadt Ölgötzen heißen auf den Altären stehen denn die Altar sind deshalb erfunden dass man auf ihnen Gottes Name soll anrufen immer auf ihnen allein Opfer und Ehre geben soll Also verstehen Sie die pure Stellung der Bilder an solchen Orten macht sie bereits gräulig Karlstadt subsummiert das Bilderverbot dem Fremdgötterverbot so dass das Bild den Götzen macht Es ist also ganz unerheblich was die Bilder darstellen ob Baal oder Astarte oder Christus oder Maria ob heidnische Götter oder christliche Heilige alles zusammen Götzen Der Ort macht sie dazu das Gotteshaus und der Altar als Stelle der Gottesverehrung Was da aufgestellt wird als Bildwerk ist unabhängig vom Bildgegenstand per se und als solches Götzenbild und so wieder Gottes Gebot es ist zu entfernen notfalls mit Gewalt Für Luther gehörte das alttestamentliche Bilderverbot und im engeren Sinne zu den Kultvorschriften des mosaischen Gesetzes die christlich nicht mehr zu urgieren waren gleichwohl sah er in der gängigen Praxis der katholischen Frömmigkeit seiner Zeit die Gefahr des Götzendienstes der sein Vertrauen statt auf Gott und den einen Herrn Jesus Christus auf die Heiligen und ihre Bilder ja auf das ganze werkgerechte hantieren mit heiligen Orten Wallfahren und Objekten legte auf den Glauben des Herzens kam es ihm an der konnte durch Bilder in den Büchern und Kirchen belehrt und gestützt werden aber Bilder als eigene Gegenstände der Andacht und des Kultes sollten aus dem Bereich dessen was den Christen heilig ist ausgeschlossen werden und wie schon einmal in der Geschichte des Judentums stieg das Buch in den Rang eines heiligen Objekts auf die Heilige Schrift nicht nur als Urkunde der Offenbarung gelesen und in der Predigt verkündet sondern auch in der Mitte des Altars bis heute ja häufig aufgestellt wo nach aller Sakraltopographie das Allerheiligste eines jeden Heiligtums sich findet die römische Kirche hat sich im Konzil von Trient 1545 bis 63 entschieden zu der alten Praxis nicht nur der pädagogischen sondern auch der devotionalen und kultischen Rolle von Bildern bekannt und sie im wörtlichen Rückgriff auf das zweite Konzil von Nicea das letzte der ungeteilten Christenheit verteidigt die nachtridentinische Entwicklung des katholischen Tempels im Barock aber dann auch im Historismus des 19. Jahrhunderts hat zu einer ungeheuren Visualisierung des Heiligen geführt Sakraltopographisch ist dabei noch eines bemerkenswert in die Mitte dieses Bilderkosmos also nehmen Sie die Wieskirche oder so eine exzessive Barockkirche in die Mitte dieses Bilderkosmos wurde ein Kasten gestellt der als Realpräsenz Gottes etwas höchst Abstraktes enthielt eine weiße Oblate der Tabernakel die Hostien die hier aufbewahrt wurden stammen aus einer vorangegangenen Messe und sind für eine künftige Kommunion bestimmt bei Luther findet sich einmal in der deutschen Messe von 1526 der Vorschlag dass man Flux auf die Konsekration des Brots das Sakrament reiche und gebe die katholische Eucharistie Praxis ist gegen dieses Flux der Speisung gerichtet die Sumption wird verzögert in der Messe selbst über die Messe hinaus der Raum der Verzögerung des Konsums wird mit Verehrung gefüllt in der Messe mit Erhebung der Hostie und Zeigung der Hostie und über die Messe hinaus die auf den Tabernakel und die Monstranz gerichteten Sakramentsandachten und Prozessionen zu Vorleichnam vor allem also der Vollzug des Mahls wird angehalten zugunsten der Kontemplation der Hostie es ist eigentlich der eigentümliche Versuch in die für die christliche Religion zentrale Kulthaltung das Abendmahl den Kult eines Bildes zu implantieren das aber kein Bild sein soll sondern der wahre Leib Christi an dessen weißer Abstraktheit es wie an Malevich schwarzem Quadrat nicht viel zu sehen gibt nur zu glauben und zu verehren und die Aneignung endet dann schließlich doch im Verzehr Architektur und Nomenklatur religiöse Praxis und theologische Interpretation lassen keinen Zweifel daran dass dies christliche Sanctissimum dem Modell des Tempels folgt und darin etwas spezifisch christliches auszudrücken versucht Tabernakel Tabernakulum ist ja in der lateinischen Bibelübersetzung gebräuchlicher Ausdruck für Zelt für das Zelt der Begegnung und die Engel die manchmal zu Seiten des Tabernakels angebracht sind sind die hierhin übergesiedelten Cherubim der Bundeslade die nun keine Lehre sondern ein Schaubrot Rahmen also das ist die typisch katholische Szenerie des Heiligen der die protestantische Konzentration auf das Buch und den Gemeinschaftsvollzug des Abendmahls gegenüber tritt Ich habe versucht Ihnen in vier Akten das Drama von Bilderkult und Bilderverbot darzustellen Jeder Akt zeigt eine elementare Opposition jüdisch-heidnisch heidnisch-christlich ostkirchlich westkirchlich katholisch protestantisch Die im Alten Testament grundgelegte Szenerie des Heiligen bildet durch Metamorphosen und Krisen hindurch ein Kontinuum unserer kulturellen Geschichte Der fünfte noch offene Akt in dem wir selber mitspielen ohne ihn vollends zu überblicken ist unsere Gegenwart Die ist nicht einfach die lineare Fortsetzung der bisherigen Geschichte des Heiligen in unserer Kultur dass man daraus ablesen könnte so muss es weiter und zu Ende gehen aber wir können auf dem Hintergrund reflektierter Vergangenheit unsere gegenwärtige Lage sakral topologisch zu lesen versuchen Was ich mit ein paar Fragen noch zum Schluss andeuten möchte Liegt die Opposition der Moderne noch zwischen den christlichen Konfessionen wie vor 25 Jahren die große Hamburger Luther Ausstellung an diesem Ort von Werner Hofmann inspiriert dem berühmten Direktor dieser Kunsthalle wie diese Hamburger Luther Ausstellung noch die neuesten Antagonismen der Moderne das große Reale das große Abstrakte als Auswirkung der alten Konfessionellen des Abendlandes in Szene zu setzen gesucht hat ist es das noch oder liegt die entscheidende Opposition zwischen den Religionen also einem bilderfreudig toleranten Christentum auf der einen Seite etwa und einem dezidiert kultbildfeindlichen weil radikal monotheistischen Islam auf der anderen Seite oder zwischen den Religionen überhaupt und der Kunst auf der anderen Seite sei es dass diese die Kunst sich allen Transzendenzanstrengungen der Religion gegenüber als Hort einer rein ästhetisch innovatorischen Immanenz versteht sei es umgekehrt dass sie die Kunst sich als neue Sachwalterin dessen ansieht was ehedem die religiösen Kulte die inzwischen schwächeln verwaltet haben wie es in einem steilen Satz von Walter Pichler einmal heißt im Künstler Walter Pichler Religiosität ist heute nur noch in der Kunst möglich Im Erbe vielleicht der Inszenierung des Heiligen wie es nicht der Kult sondern das griechische Theater anfänglich entwickelt hat knüpft man daran jetzt an nachdem die andere Geschichte zu Ende gegangen ist oder liegt sie am Ende zwischen Kunst und Religion zusammen gegenüber einer visuellen Zivilisation der gar nichts mehr heilig ist und auch gar nichts mehr heilig sein kann aber wie sollte man eine solche Entente Cordiale von Kunst und Religion verstehen wie könnte sie aussehen im letzten Satz seines Buches Ereignis und Aura spricht der Philosoph Dieter Mersch von einer Kunst die über alle ja durchaus berechtigten Unterhaltungsbedürfnisse der Gesellschaft hinaus Zitat Mersch Augenblicke des Mysteriums in transzendenzloser Zeit zu entzünden sucht könnte solche Kunst die ja sicher nicht alle Kunst ist jedenfalls nicht alle Kunst die man auf der Art Cologne sehen kann könnte solche Kunst in Beziehung treten zu dem was das Kultbild einmal meinte und natürlich auch immer noch meint eine mögliche Berührung hat der Grazer Philosoph Peter Strasser ins Auge gefasst wenn er sagt unsere Liturgien sind höchst unscheinbar sie erfordern eine große Reinheit der Anschauung wie diese möglich ist erfahren wir aus bestimmten Werken der Kunst aber dann hat er gleich hinzugefügt doch ist die Kunst keine Religion niemals der Künstler operiert im imaginären und sein Modus ist ein ständiges als ob die Religion dagegen hat es mit dem Wirklichen zu tun das sind jetzt nur Fragen zu unserer Lage solche Fragen lassen sich nicht einfach in Verlängerung der bisherigen Geschichte beantworten aber Gesichtspunkte der Aufmerksamkeit lassen sich im Rückspiegel doch gewinnen und nun zum allerletzten Schluss wie man so schön im Fernsehen sagt in eigener Sache ich habe Ihnen keine Bilder gezeigt vielleicht sind Sie deshalb enttäuscht und könnten sich sogar beschweren denn in der Ankündigung dieser Reihe werden ja große Bildmeditationen versprochen und wenn Sie in die Kunsthalle kommen was soll man auch gerade in Räumen wie diesen anders erwarten als das wieder und wieder Bilder gezeigt und besprochen werden ich habe es dennoch nicht getan ich bin im Lauf der Arbeit an dem mir gestellten Thema davon abgekommen es schien mir zunehmend nicht richtig ja geradezu den Ernst der Sache störend wenn ich Ihnen en passant die Bilder zeigte die das Bilderverbot mit solcher Leidenschaft verdammte und ebenso dass ich Ihnen Kultbilder am Ort der Kunst medial auf ästhetische Distanz gehalten vorführte Bilder vor denen man eigentlich niederknien sollte natürlich geht solche Präsentation zu Zeiten und für Kunst und Religionswissenschaftler ist sie ja auch ganz unproblematisch aber diesmal hat die Verlegenheit des Theologen in dieser Sache gesiegt an der reichen Tafel dieses Hauses habe ich Ihnen einen visuellen Fasttag zugemutet das ist in unserer bilderhungrigen Zeit etwas riskant ja Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.